Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die vollgesteckten Reihen zeigen, was über die Attraktivität des Tagesordnungspunktes ist. In Anbetracht der FDP-Ergebnisse kann man, glaube ich, wieder Graf Lambsdorff zitieren, indem er sagt, das Parlament ist mal voller und mal leerer. Meistens ist es voller Lehrer. Und jeden Einzelnen davon schätzen wir natürlich persönlich überhaupt keine Frage. Also auch dieses Plenum hat nun mal 115 Beamte. Ich tue mich da etwas leichter als selbstständiger Anwalt, darüber objektiv zu reden. Aber klar ist, dass wir heute in dieser Debatte vor lauter Fachbegriffen und Ähnlichem manchmal ein bisschen aus den Augen verlieren, worum es im Wesentlichen tatsächlich eigentlich geht. Kollegen Krings bin ich sehr dankbar, dass er da die entscheidenden Punkte herausgearbeitet hat. Es geht natürlich schon darum, dass wir wissen, dass im Augenblick so viele Beamte wie noch nie in den Ruhestand wechseln. Und als demografiepolitischer Sprecher der Union bin ich da natürlich besorgt um die Frage, wie schaut es eigentlich mit einem qualifizierten Nachwuchs aus. Und das stellt uns in der Tat vor besondere Herausforderungen. Dass wir alle nicht anstehen, dass der Tarifabschluss übernommen wird, das ist, glaube ich, selbstredend, dass Beamte, das Richter, das Soldaten, dass diese Versorgungsempfänger auch diese Ansprüche übertragen bekommen. Das ist nicht ganz einfach in der öffentlichen Diskussion. Tun wir nicht so, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist letztendlich eine gerechte, eine richtige, aber eine notwendige Entscheidung auch der Politik. Und diese gesellschaftliche Debatte, die hier geführt wird, der muss man sich als Politik, der muss man sich als Bund Deutscher Bundestag natürlich auch stellen. Bei 1,7 Millionen Beamten in diesem Land ist es notwendig. Und sie sind, das will ich noch einmal deutlich sagen, eine Säule dieses Rechtsstaates. Neben allen Menschen, die gerade in den letzten Monaten ihr Menschenmöglichstes getan haben, hat sich gezeigt, dass eine organisationsfähige, eine schlagkräftige und vor allem ein Staat mit Beamten, die eben nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt den Löffel, den Stift oder Ähnliches fallen lassen, sondern die mehr tun, als sie eigentlich tun müssten. Und dazu gehört aber eben auch, dass man diesen Beamtinnen und Beamten eine Perspektive einräumt. Nur wer eine Perspektive hat, gerade was die Versorgung, was den Ruhestand anbetrifft, der ist auch bereit, sich tatsächlich einzubringen. Wir haben in unmittelbarer Nachbarschaft, auch in Europa, erlebt, wie es Ländern geht, die sich nicht verlassen können auf einen schlagkräftigen, auf einen handlungsfähigen, auf einen effektiven Rechtsstaat. Deshalb geht es darum, dass wir diese Form von deutlicher Wahrnehmung auch honorieren und letztendlich diese Versorgungszusagen übernehmen aus den Tarifabschlüssen. Aber wir sind trotzdem gut beraten, die politische Realität nicht ganz aus dem Auge zu verlieren. Und deshalb müssen wir wissen, dass zum Beispiel eine gestiegene Lebenserwartung natürlich auch auf demografische Herausforderung trifft. Das kann nicht unberücksichtigt bleiben. Und deshalb ist es notwendig, dass die Versorgungsrücklage tatsächlich auch ein Stück weit verändert wird. Wir wissen, und dieser Fakt ist heute von keinem der Redner widersprochen worden, dass der Peak, also der höchste Berg derer, die tatsächlich als Versorgungsempfänger in den Ruhestand gehen, dass die Versorgung 2035 erreicht wird. Also muss klar sein, dass diese Erstentnahme natürlich auch nach hinten verschoben wird. Dieses Mittel ist notwendig, dieses Mittel ist tatsächlich angemessen und es ist geeignet. Und jetzt hören wir plötzlich, das sei Verrat, das sei tatsächlich ein Vertrauensbruch. Dieses Argument, dieser Vorwurf, der ist nicht geeignet, der ist nicht angemessen und der ist letztendlich auch nicht verhältnismäßig. Denn jeder weiß, dass die Argumentation darauf basiert, dass wir Zahlen haben, die wir den vor allem nachfolgenden Generationen durchaus schuldig sind. Und entweder ist dann jemand bei so einem Argument der Rechenschieber kaputt gegangen oder es ist eine politisch einseitig motivierte Argumentation im Hintergrund. Alles andere kommt meines Erachtens nicht ganz zu Pass. Und damit sind wir bei der Frage der Niedrigzinsphase. Also wenn man sich über etwas aufregt in diesem Land, dann muss man im Hinblick auf die Versorgungsfonds mal sagen, dass letztendlich unser Hauptargument bei der Einführung dieses Versorgungsfonds war, dass es eine wirklich sichere Säule der Altersvorsorge sein sollte. Also, liebe Frau Kollegin Jelke, wenn Sie sich jetzt über irgendwas aufregen, regen Sie sich über die Niedrigzinspolitik Europas auf. Denn die treibt uns dazu, dass wir verantwortungsvoll und nachhaltig mit diesen Finanzmitteln umgehen müssen, dass wir am Ende des Tages auch sagen können, wir werden der Herausforderung gerecht. Da kann man nicht einfach zuschauen, sondern da muss man auch auf die politischen Realitäten tatsächlich Einfluss nehmen. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn Sie über jemanden reden wollen, dann reden Sie darüber. Und das ist etwas, was die Linken bisher leider Gottes nicht getan haben. Da hätten wir also noch etwas Nachholbedarf. Ansonsten glaube ich, dass die Regierung, dass wir gut beraten sind, diese Anpassungen durchzunehmen und sind deshalb ganz froh, dass es wahrscheinlich eine ziemlich breite Mehrheit für dieses Gesetzespaket gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Frieser. Damit schließe ich die Autos.